hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play final fantasy 6 wir sind hier gerade gegen kefka angekommen und müssen jetzt gegen kefka kämpfen dementsprechend und ich hoffe das wird uns auch funktionieren gelingen kefka kefka verwecke einen grausamen tod das sterbe an einem grausamen tod fuck dead damage alter ich glaube ich heide mal eben nix trank einmal in haft die regat macht schaden ouch du bist tot ich dachte ja xtrank halt alles langweilig einen moment für eben was ein moment was gucken alles klar ich wollte nur eben wissen wie viel leben kefka hat müsste eigentlich gar nicht so lange ich habe jetzt einfach drauf auf gut glück ich habe nur noch drauf gut glück ich weiß nicht wie oft ich schon drauf gehauen ab deswegen weil kefka 3000 hp und ich hau ganz schön gut rein leck mich und jetzt mit den beiden werde ich das eh nicht schaffen ich versuche das mit den beiden jetzt ich habe aber nicht genug mana dafür um ehrlich zu sein füllt hp mp komplett ok muss ich das im kampf benutzen falls mumu angegriffen wird ich sage jetzt mal einen moment so neuer versuch komm schon so fuli muss zehnmal durchkommen wenn er 300 schaden macht jawohl jawohl bitte nicht auf mumu danke ok oh man ey jetzt müsste ich eigentlich nur ein gegengift hinten drauf zaubern zwei eis zwei natürlich ja auch kein thema mach du mal deine 5000 damage ist kein problem kefka weiße ich bin jetzt eh tot leute fetzen bam habe ich mich sogar selber attackiert das macht keinen sinn ich will versuchen das ganze noch einmal das ist ja wohl der ätzender scheiß ey okay das war ein besserer anfang zumindest da ich jetzt mindestens schon 600 weg habe ja treff doch nochmal an das gibt es doch nicht ey kontern heißt das 1000 müsste ich schon weg haben also ein drittel habe ich schon ungefähr weg blitz ok das geht das ist in ordnung da habe ich kein problem mit jetzt müssten wir ungefähr die hälfte fast die hälfte haben das macht die sauger das kann ich auch ja genau ich meine hey hier wie kann man denn so viel schaden machen also das spiel ist nicht einfach das gebe ich zu ja genau tötet ihn einfach sofort direkt wieder ist ja nicht so als hens könntest du mumu angreifen oder so ich hab den save state da ich kann immer wieder versuchen nicht zu killen ich weiß das ist cheat aber ihm ist das egal ich will nicht immer wieder fünf jahre lang viel spielen müssen um aufzunehmen ja danke also was mache ich jetzt ich denke ich werde das elixier auf mich machen so und er macht den trank aus sich so oh Gott bitte ok heilen wir also ich bin try harde gerade Kefka nur für dich try harde ich bitte tu mir das nicht an ja ist ok irgendwas dagegen nein natürlich nicht heilmittel hält alles außer Zombie ne machen wir das mal jetzt sollte doch ey der heilmittel sollte doch alles außer Zombie heilen warum verarscht mich das spiel denn ach Gott ey zerfett bitte Kefka nicht dich selber natürlich leck mich am Arsch hm 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 menno es müssten zwei drittel runter sein aber ja genau genau kein Thema ich werde hier try harde ich gebe nicht so einfach auf auch wenn ich dann alle meine Ressourcen verbraucht habe ich muss noch dreimal durchkommen dreimal mit vernichten muss ich noch durchkommen wenn das hier sonst leck mich ach die heilt sich dadurch ja weißt du leck mich doch einfach am Arsch weißt du das ist doch nicht dein Ehrenspiel oder das ist doch nicht dein Ehrenspiel oder fucking shit ey heil den fucking fool leader ja jetzt sind beide noch am Leben und was mache ich jetzt darauf warten dass ich verrecke wen heilig kann ich wirklich was machen ich kann nur hoffen dass Kefka folie angreift mit irgendeinem dummen nur mit einer normalen Attacke nicht mit dem Blitz vor allem nicht ja das ist schwierig jetzt spiele ich auf Glück komm ist mir egal ich hoffe einfach nur dass Kefka jetzt normale Angriffe macht ja genau normale Angriffe so gut leckt mich am Arsch am Arsch soll es mich lecken das gibt es ja nicht ey neuer Versuch ich versuche jetzt was anderes nice komm gib mir was habe ich gemacht ich habe diesen Konterangriff gemacht ne ok das wollte ich natürlich nicht ok das geht es der Anfang geht auch so habe ich wenigstens schon mal ein bisschen mehr Schaden rausgehauen so zerfetzt meinen Kefka miss wir versuchen das jetzt es tut mir leid es war kein guter Anfang ok es geht wir zerfetzen ihn jetzt warum ich will nur gucken ob das funktioniert ob ich irgendwie Diensteffekte zerfetzen kann wir einfach nur ausprobieren einfach nur ausprobieren ne das geht anscheinend nicht ich will nur kurz gucken wie viel Feuer macht sonst starte ich das ganze nochmal neu nicht viel ok ja das war dumm ich mach mal ein Safestate und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme ich hab doch keinen Nerv mehr für in der nächsten Folge killen wir Kefka auf jeden Fall bis dahin haut rein auf jeden Fall bis dahin hier